Hallo Freunde, analogen Unterhaltung und willkommen zu einem weiteren Kampagnen-Update, unserer Kickstarter-Kampagne und der Anweis ist klar, ja, die Kampagne ist durch und wir wollen uns natürlich nochmal herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank, wirklich unglaublich großartig, was soll man sagen, wirklich fantastisch, ihr habt es wieder möglich gemacht, alles vom Schnitt-Laptop über unser Streaming-Equipment, das Livestream-Event mit dem neuen Streaming-Equipment wird natürlich stattfinden und wir fahren ein zweites Mal, dank eurer Unterstützung nach Indianapolis zu GenCon und ja. Vielen, vielen Dank dafür, das bedeutet uns wirklich eine Menge und ihr wisst ja, wir haben uns viel vorgenommen für die GenCon dieses Jahr, wir wollen alle Videos, wenn es klappt, wir müssen mal gucken, wie viele wir dann drehen, aber unser Ziel ist es eigentlich, alle Videos dann direkt danach auch zu schneiden und dann in den kommenden Wochen direkt im Anschluss an die GenCon auch zu veröffentlichen. Wir werden sicherlich auch wieder ein Tagebuch machen, was wir direkt veröffentlichen quasi, damit ihr auch wisst, was wir da gesehen haben und so weiter und so fort. Wir sind ja jetzt zum zweiten Mal dort, das heißt, wir wissen auch schon ein bisschen mehr, wie der Hase da läuft und haben schon ein paar... Wir haben einen besseren Schnitt-Laptop, also können wir hoffentlich auch ein bisschen mehr vor Ort rendern. Und wissen auch schon so ein bisschen mehr, was da so abgeht und was für wichtige Termine da anstehen. Wir haben eigentlich auch letztes Jahr schon fast alle so mitgenommen, aber mehr so, okay, wo geht man jetzt lang und was ist passiert jetzt hier? Aha, Fantasy Flight Pressekonferenz, okay. Also dieses Mal blicken wir schon ein bisschen besser durch und sind sicher, dass wir da wirklich, kommen tolle Titel raus. Also, ja, ich freue mich schon auf deine Liste, die wird auch wieder lang. Die wird dann jetzt mal angelegt. Zu den anderen Sachen nochmal ganz kurz der Hinweis... Auf Bordgang Geek. Genau, auf Bordgang Geek. Genau, gibt es dann noch eine Liste, Geek-List für die Genco. Könnt ihr auch sehen, was wir uns da freuen und hoffentlich natürlich dann auch sehen werden. Kurz zu den anderen Geschichten... Wie machen wir das mit den Koffern dieses Mal? Ja, das ist eine Frage, da will ich noch... Können wir irgendwie, wenn wir Heavy Overload schon vorher anmelden, ist das irgendwie ein Ersparnis? Wenn wir sagen, wir wissen... Du darfst einfach nur ein paar Socken mitnehmen. Nein, ähm... Das musst du dich dann eher beschweren. Nein, ich wollte noch kurz zu den anderen Sachen was sagen. Zum einen die ganzen Pakete, die wir an euch verschicken werden. Ich denke mal, wir werden sie so im Juni verschicken. Erstmal braucht Kickstarter eine Weile, bis das alles prozessiert ist, bis wir überhaupt die kompletten Listen haben, bis das ganze Geld dann auch irgendwie verarbeitet ist und so weiter. Und das meiste Zeug haben wir schon da. Es fehlen noch ein, zwei Sachen für bestimmte Pakete. Die bekommen wir auch erst noch, aber der Plan ist ganz klar, dass ihr im Juni dann irgendwann auch wirklich alles haben werdet. Alle, die ein Ticket gekauft haben, sich besorgt haben für die Bedien-Brettspiel-Con, es wird wie letztes Jahr sein, es wird eine Gästeliste geben mit euren Namen. Da kommt ihr dann einfach hin, weist euch aus irgendwie und dann bekommt ihr eure Badge, euer Supporter-Ticket. Wie gesagt, nicht vergessen, ihr habt eine Stunde früher, könnt ihr schon hinkommen, um 10 Uhr beginnt es offiziell und ihr könnt schon um 9 Uhr hinkommen und da eure Badge abholen. Ja, so viel dazu. Wunschvideos machen wir auch wieder einfach über E-Mail. Da schickt ihr uns alle, fragen wir euch, was wollt ihr haben und wir gucken, dass wir es dann umsetzen. Das Livestream-Event, das wir jetzt noch quasi als Test vor der BerlinCon machen wollen, da kann ich jetzt noch nicht 100% sagen, wann das sein wird, weil wir müssen das, wir bestellen jetzt das neue Equipment. Ich habe aber schon gesehen, das kommt auch aus Amerika und so, ja. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, erstmal müssen wir es bestellen, dann muss es da sein, dann müssen wir es natürlich auch erstmal testen und dann gucken, dass das alles funktioniert und so. Und ja, also es wird sicherlich vor der BerlinCon klappen, aber wann genau, das kriegt ihr dann noch Bescheid. Das weiß ich jetzt einfach auch noch nicht. Ja, aber auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns wirklich eine Menge. Wir haben auch wieder viel tolles Feedback bekommen und das zählt auch. Also wenn ihr uns unterstützt mit Geld, ist das natürlich eine tolle Sache, aber genauso ist es cool, wenn ihr uns einfach nur abonniert, uns positives Feedback gebt. Das motiviert uns genauso. Und ja, deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank an jeden einzelnen Unterstützer, echt super. Ja, und sollte irgendwas natürlich sein mit euren Paketen oder irgendwas, ich meine, wir sind auch noch Menschen, vielleicht vertauscht sich irgendwas oder irgendwas, dann schreibt uns einfach eine E-Mail und wir versuchen das wieder hinzubiegen, aber wir hoffen natürlich, dass das alles glatt läuft. Dass das alles abläuft. Genau. Und ja, wir melden uns auf jeden Fall wieder, wenn es Neuigkeiten gibt, auch hier zur BerlinCon natürlich. Da könnt ihr einfach mal gucken, Newsletter abonnieren oder einfach meine Brettspiel-News, da gibt es auch immer wieder Neuigkeiten dazu. Ja, wir sagen nochmal Danke. Und tschüss. Vielen Dank und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.